Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lukas, kommst du kurz zu mir rein? Was soll denn vorgefahren sein? Das kann ich dir nicht sagen. Am besten nimmst du dir ein paar Tage frei, schlag ich vor. Und wir klären die Sache in aller Ruhe. Also, was hat sie ausgefressen, die kleine Räuberin? Was erzählen die da? Ich kenne doch meine Tochter, sie lügt nicht. Klarer hat noch nie gelogen. Warum sollte sie es jetzt tun? Du verrückst! Was sagt ihr? Wenn du meine Tochter angefangen hast, dann kriegst du von mir eine Kugel in den Kopf. Wieso nicht? Ist was passiert? Da war ein Anruf. Die haben Mama gesagt, dass irgendwas ganz Schlimmes im Kindergarten gewesen sein soll. Hör nicht auf das, was die sagen, Markus. Die Tochter meines besten Freundes und ich sollen... ...dann kann man glauben und das tue ich. Du hast doch nichts gemacht. Was ist das für eine Scheiße? Weil die Typen nicht mehr ganz dicht sind. Geh nach Hause. Verstanden? Jetzt soll er ja nicht mehr einkaufen kommen und dich soll er auch nicht mehr her schicken. Was? Was willst du mir sagen? Auf, Lukas! Alle Mann sind da. Das gesamte Dortmacht hoch!